Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever, ich begrüße euch, schön dass ihr wieder da seid Was haben wir denn nur, was haben wir denn nur, 1,7 Millionen, das ist schon mal ganz nett Oh man, der hier umgedreht, lass mal gucken, macht keinen Sinn, ok Ja, die laden hier schön ab, die Baumaterialien, die werden hier auch wahrscheinlich irgendwo gebraucht Hier zum Beispiel, oder hier, ne, hier nicht Aber irgendwo hier werden die mit Sicherheit gebraucht werden, hier, ah, ok Ja, das ist gut, damit wächst hier schöne Welt, schönes kleines Nest Gucken wir mal, Diagramms, oh ja, Einkaufsmöglichkeiten gehen durch die Decke Das gefällt mir natürlich sehr, herzallerliebst quasi So, da düst die nächste Lok Gucken wir mal schnell, hier, die haben mittlerweile alle aktualisiert Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir doch mal vielleicht ein paar Trams einführen Ja, könnte ich mir vorstellen, jetzt wo ein bisschen Geld da ist Und dass wir die kleine Stadt Burg mal ans System bringen Und zwar vorüber gehen mit einer Tram elektrisch auf mittleren, auf großen Straßen Und zwar machen wir das so, dass wir bis hier raus gehen werden So weit möchte ich gehen, meine Lieben So, dann machen wir das so So, pass auf, dann kommt jetzt hier erstmal ein tramifiziertes Gerät Oh, das erste Schiffchen So, eine Haltestelle Dann machen wir hier auch nochmal eine her Oh, da könnte man nochmal upgraden, das schaut so ins Doof aus So, und dann kommt hier nochmal eine große her So, jetzt gucke ich mal gerade Hier halte Stellen, pass auf Hier eine Hier eine Dort eine Hier auch nochmal vielleicht Und hier unten bauen wir einen neuen Teil raus Und bauen da unten auch nochmal eine kleine Tramhaltebahn her So, jetzt müssen wir das ganze Ding nur noch anschließen Okay, und zwar Tram bitte So, rüber Da hinten lang Da vorbei, da vorbei, da vorbei Wieder hier zurück Und da hinten auch noch ein bisschen Und die Danziger Straße hat eins Dann machen wir nach dem Machen wir da zwei Dann machen wir die Danziger Straße hier nochmal weg Da müsst ihr hinhauen Also eins, zwei Achso, nee Nach Burg Ost kommt Danziger Straße so rum Okay So, jetzt brauchen wir hier nur noch ein Depöchen Tram-Depot So, und dann bauen wir hier auch gleich nochmal ein Depöchen Nämlich ein zweites Für Fahrzeuge So, okay Trams kaufen Dampftram Gleich in die Vollen gehen Und dann die Linie nochmal hübscher machen Und zwar ist das Burg Tram Burg Tram 1 Und die bekommt die unglaublich hübsche Farbe Blau So Also die Burg Tram 1 Haben wir hier Gucken wir mal schnell Immer noch einen relativ hohen Takt auch Wird schon besser Die Dinger sind halt nicht schnell Okay So Jetzt lassen wir mal gucken Jetzt müssten wir da echt Einen Zug rangehen Aber das haben wir ja schon vorbereitet Das haben wir hier schon Hübsches vorbereitet Pass auf Dann machen wir jetzt so Machen wir folgendes Wir haben uns ja überlegt Was machen wir denn mit dieser Tramlinie Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken Ob wir das nicht hinbekommen Dass wir jetzt hier mit dem Zug rüber gehen Möglichst gerade Das kann jetzt Ja gut Das mündet jetzt natürlich erstmal ein bisschen In Geld Aber das ist okay 1,4 kostet das Aber das möchten wir natürlich vermeiden 1,7 Ja das war schon gar nicht so schlecht Jetzt gucken wir mal hier eine halbe So will ich raus Das kostet nochmal eine Million Das ist okay Das ist jetzt nicht optimal Aber ich finde es ganz nett eigentlich so Müssen wir halt später weiter bauen Kostet halt ein bisschen Geld am Anfang So eine Linie Aber ich kann mir die richtig gut vorstellen Wie die hier so durch die Lande zieht Ja wenn die dann fertig ist Glaube ich ist das ziemlich geil Von hier raus Die wird hier auch nur enden Ja Da kommen dann die gleichen Züge nochmal drauf Wie wir sie schon hatten Ähm Ich glaube das könnte ich mir ganz gut so vorstellen Mal gucken Mal gucken Ich bin mir natürlich ganz sicher Wie wir das letzten Endes Unterm Strich laufen lassen Hier ist auf jeden Fall sehr viel Leerlauf Der Zug ist gerade los Gucken wir mal 27 Ja das steigert sich dann noch Je mehr angebunden werden an unser Gesamtnetz Desto höher ist natürlich der Durchsatz von Personen Wobei hier natürlich auch noch sehr viele warten Jetzt gucken wir mal schnell Die haben eigentlich einen super Takt Auch verdienen auch relativ gut Die lassen wir mal so Die kriegen das zwar nicht so ganz schnell weg Aber sie schaffen es irgendwie Gucken wir mal Die meisten wollen dann da tatsächlich Ja viele werden auch direkt vom Bahnhof Die halbe Stadt hängt quasi direkt am Bahnhof dran Das ist alles gehbar Ja Gucken wir mal Also wir müssen das verbessern Da kommen wir nicht drum rum meine Lieben Das schaffen wir nicht Da müssen wir Da müssen wir tun Da müssen wir was tun Aber wir tun ja Das werden wir jetzt auch Zumindest am Anfang Nicht so laufen lassen können Ich würde ganz gerne hier raus gehen Ungefähr auf der Höhe Das kostet halt eine schlanke Million 1,07 So ist relativ gerade Ne Machen wir es mal ganz gerade So 1,08 Okay Wie gesagt Teures kleines Vergnügen Was wir uns hier erlauben So Und jetzt passt auf Jetzt machen wir folgendes Das möchte ich jetzt mal ganz kurz probieren Und zwar hier kommt ein Kopfbahnhof her Weil mehr geht hier eigentlich auch nicht Wobei Lass uns doch mal hier einen normalen Bahnhof bauen Machen wir gleich einen langen hier her Der so nah wie möglich an die Stadt ran führt Dann werden wir dann nur noch das Depot rumbauen müssen Ähm Wie war denn das so Warte mal Ah nee Wie ging denn das noch Ah mit Steuerung Äh mit Umschalt Konntest du das schön machen Da werden wir das so bauen So vielleicht Dann schließen wir das noch an die Stadt an Und jetzt machen wir folgendes Jetzt bauen wir das einfach im Prinzip So auf Dass wir dann hier anbauen Kostet uns jetzt aktuell 661.000 Dollars Okay Das ist ein bezahlbare Geschichte Das ist okay Dauert jetzt ein Schlückchen bis wir das haben Aber dann könnte man da eigentlich theoretisch schon die erste Die erste Zugverbindung drauf schieben Das wäre sehr sehr angenehm finde ich Also das könnte ich mir so ganz gut vorstellen Wie gesagt die zieht sich dann hier so lang Da wird hier ein Block sein Und hier ein Block Dann haben wir hier eine schöne Dreiteilung In der Linie Und hier vorne natürlich sowieso Da wo sich es dann eh zweiteilt Ich muss auch mal gucken Was dann die Die nächsten Kostenpunkte wären Jetzt lassen wir mal kurz gucken Das sind 90 Das sind 60 Das ist Teurer Wäre mir fast allerdings lieber Wobei das da hinten dann Quark ist Oder Ich glaube das Teure an der ganzen Geschichte Wobei Na das passt soweit eigentlich Hier ging es natürlich noch hübscher Das Teure glaube ich Ist hier dieser Bahnübergang Aber Ich finde wir brauchen das Ich finde wir brauchen das Wir lassen es mal genau so machen Lass uns es mal genau so machen Wäre natürlich mit dem Tunnel bis hier vor Wäre das natürlich noch besser gewesen Aber dann haben wir sehr lange Tunnel Hat schon viel Geld gekostet Obwohl wir nicht wissen Ob diese Linie jemals Geld einbringt Ja Zumindest am Anfang halte ich das für geschickt Wenn wir das erstmal so laufen lassen Und dann halt irgendwie Keine Ahnung Vielleicht Wir müssten eigentlich hier so einen Ausbau machen Und dann hier nochmal eine Duplexroute Genau über die teuren Teile dummerweise Aber gut Wir machen jetzt mal folgendes Pass auf Lass uns das mal hier planen Und zwar Wir machen eine neue Eisenbahnlinie Die wird gehen Von Schenefeld Nach Burg Und zurück Das ist die nächstgrößere Das ist Ähm Warte Schenefeld Burg Aktuell Ist da natürlich noch nichts drauf Die Linie wird in einem schlanken Orange gehalten Und wird dann vermutlich Hier nochmal einen Ausgang finden Das werden wir uns jetzt überlegen Also ich möchte es auf jeden Fall ein bisschen So hier auf der Höhe halten Und jetzt lass uns einfach mal gucken Vielleicht kriegen wir es ja gleich Duplex hin Also Doppelgleisig So teuer ist das nämlich im Augenblick noch nicht Ich meine teuer ist es schon Sind wir mal ehrlich Kosten wird das ein halbes Vermögen Das zu bauen Aber ich plane jetzt mal folgendes Und zwar Es geht bis hierhin tatsächlich ganz gut eigentlich Wir halten die Linie mal weiter Wir bauen das jetzt dann stückweise aus Um unser Budget nicht allzu arg zu blockieren Und dann wird das irgendwann alles mal auf Elektro umgestellt Ja und mehr als 29 kriegen wir da aktuell nicht rein Das Problem müssen wir mit Umstiegen lösen Zumindest bis neuere Innerstadtverbindungen kommen Oder wir hier auf Elektro umsteigen Was mir persönlich lieber wäre Werden wir sehen Werden wir sehen Im Augenblick lassen wir das jetzt einfach mal so weiterlaufen Gucken wir mal Hier kommen wir rüber Das hat irgendwas ganz teures gerade eingesetzt Wahrscheinlich Ne nicht mal der Jahreswechsel Der uns hier zusetzt Gucken wir mal 400.000 Kriegen wir gleich Ist nur eine Frage der Zeit Das Ding macht ganz schöne Donauwelle hier Okay Aber das können wir uns momentan noch alles leisten Hier wird es dann schon wieder knapp Machen wir mal hier die nächste Etappe Nächster Bauabschnitt 279.000 für die kleine Unternehmung hier Macht die Sache aber Finde ich auch einen Ticken hübscher Mal gucken Sollten wir ja relativ schnell haben Dann bauen wir es natürlich auch gleich Und dann wenn wir es gebaut haben Dann gucken wir auch gleich mal rein Der Jahreswechsel wird allerdings kommen Das heißt wir werden jetzt dann vermutlich Einen kleinen Baustopp über den Jahreswechsel machen Weil da sind ja die ganzen Dauersachen zu bezahlen Das müssen wir auch noch machen Wir haben noch relativ viele Schulden Die weg müssen Ich habe eigentlich gehofft Wir schaffen es die Linie noch vorher fertig zu stellen Aber nachdem ich mir jetzt vorgenommen habe Das gleich zweigleisig auszubauen Habe ich so ein bisschen die Befürchtung Dass wir das so nicht mehr ganz hinbekommen Aber wir gucken jetzt einfach mal Wir gucken jetzt einfach mal Wir müssen ja dann auch noch einen Zug kaufen Und das wird eher das größere Problem werden Da nochmal ein Zugset drauf zu werfen Das glaube ich wird eher die große Herausforderung werden Aktuell sehe ich da keine Probleme Aber so ein Zug Ihr wisst ja, wenn wir mal gucken Was die hier in der Aktualisierung kosten Die 1,6 Millionen pro Zug Setzen wir 2 drauf Sind wir schon bei 3,2 Vielleicht 3,3 Das ist teuer Wir verdienen relativ gut Jetzt warte ich noch ganz kurz Bis der Jahreswechsel durch ist Und wenn der durch ist Dann bauen wir hier weiter Machen es hoffentlich fertig Je nachdem wie viel Geld übrig bleibt Aber ihr seht schon Schwuppdiwupp Ist jetzt schon Dezember Ich hoffe da kommt jetzt der nächste Zug an Weil wir brauchen den da Tatsächlich ganz schnell Und Weihnachten durch Und Neujahr Okay, wir haben genug Geld übrig Noch um weiterzubauen Zum Glück Sollte sich mit einer halben Million Relativ machbar gestalten Und jetzt hoffe ich Dass das billig ist Das ist billig Keine großen Bausachen mehr So, probieren wir es mal bis hier Und den Rest bauen wir dann auch noch aus Und kurz vorher gehen wir dann eingleisig rein Und dann ist die Sache in Ordnung Wir könnten jetzt eigentlich schon eingleisig reingehen Ich weiß aber noch nicht Was ich aus Burg mache Vielleicht mal noch eine kleine Eine kleine Schienenbahn Hier rüber nach Georgs Marienhütte Könnte ich mir auch gut vorstellen Oder aber wir werden hier irgendwann Vielleicht das Ding hier mit einem kleinen Güterbahnhof anbinden Und schippern das ganze Zeug Dann vielleicht hier Gerade drüber Und bauen hier so einen kleinen Umschlagbahnhof Für die Güter nochmal auf Von denen aus wir dann Zumindest Baumaterialien katapultieren Weiß ich noch nicht Werden wir jetzt noch sehen Ihr wisst ja die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt Was wir hier machen können Weiß ich alles Relativ Ich habe mir da schon ein bisschen Plan gemacht Aber es ist natürlich eine Frage Wie sich das alles auch gestaltet Wann was kommt Wann was an Gewinnen einzufahren ist Und 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 Also da müssen wir noch ein bisschen Müssen wir noch ein bisschen warten So, jetzt sind wir ein bisschen ins Minus gerutscht Kein Problem Für uns ist das alles überhaupt kein Thema Denn Die Moneten sind da Meine Lieben Die Moneten sind da So Jetzt noch die letzten Reste einbauen Also Einmal hier Dann einmal hier und hier Vor halt diesen Tunnel einfahrten So, haben wir hier einen zweiten Block Könnten wir uns jetzt überlegen Er wohl Brauchen wir nicht überlegen Groß Wenn wir uns nochmal hier den Block setzen Dann schauen wir uns die Sache nochmal an Hat sich gut aufgebaut Warum hier? Damit die Straße frei bleibt Für den Fall Gut Und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten Auf weiteres Denn Es ist angeschlossen Wir müssten höchstens uns überlegen Ob wir das Ding hier mal rüber bringen Das könnte man schon mal planen Mit planen wird es da schwierig Dann müssen wir die ganze Straße umbauen Dann müssen wir die Straße ein bisschen umbauen Das ist aber machbar Ich warte mal ganz kurz Und zwar bis hier Große Straße elektrisch Gucken wir mal Sollte hinhauen Wird knapp Aber haut hin So Okay Die Tram hat sich gleich rüber orientiert Das ist okay Dann kommt jetzt hier Noch die Überleitung her Das können wir aber so machen So Machen wir das mal so Okay Schwuppdiwupp Ist es nämlich gleich umgebaut Das passt mir Und jetzt warten wir Auf ein paar Krötis Das machen wir aber jetzt ganz kurz offscreen Das heißt ihr müsst gar nicht hier lange rum warten Ich warte jetzt einfach bis ein bisschen Geld da ist Damit wir uns zumindest ein Zuhal drauf leisten können Und den werden wir dann auch gleich drauf setzen Und dann freue ich mich drauf Euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen Wenn ihr Bock drauf habt Würde ich mich freuen Wenn wir uns dann wieder sehen Bis dahin Habt eine tolle Zeit Lasst es euch gut gehen Euer Zwerg Auf ZwergTube Tschüss.